...laufen, werfen bzw. Kugeln stoßen. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Es ist sehr, sehr heiß. Trinkt bitte zwischendurch genug. Und ich denke mal, ihr geht jetzt an eure erste Disziplin. Und dann hoffen wir, dass ihr alle wunderbare Leistungen erzielt, die ihr euch in der Leichtathletik erhofft habt. Viel Spaß. Auf geht's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.